Dank Liva müssen Wohnträumer nicht mehr träumen. Sanierungspläne werden zum Kinderspiel und die Ermittlung des Marktwerts ihrer Immobilie war noch nie so entspannt. Mit dem gemeinsamen Tochterunternehmen Liva schaffen die Mobiliar und Reifeisen eine digitale Wohneigentumsplattform. Aber wie funktioniert Liva? Drei Situationen, drei Beispiele. Nina Egger ist 40 Jahre alt und sucht ein Eigenheim für ihre Familie. Sie verliert sich im Wirrwarr von Inseraten und muss alle Zusatzinformationen mühsam zusammensuchen. Steuersätze, Attraktivität der Wohnlage und und und. Hier kommt Liva ins Spiel. Die Wohneigentümerplattform sammelt Kaufinserate von allen relevanten Suchportalen und reichert sie mit wertvollen Informationen an. Nina kann auf Liva eigene Dossiers erstellen und ihre Traumobjekte bequem miteinander vergleichen. Adam Schmidt ist 50 Jahre alt und möchte den Wert seines geliebten Eigenheims erhalten. Vor lauter Fragezeichen weiß Adam aber nicht, wo er anfangen soll. Komplizierte Modernisierungspläne, unvorhergesehene Kosten, die Auswahl der richtigen Handwerker und ein Berg an Papierkram. Auch hier heißt die Lösung Liva. Für Adam schätzt der Modernisierungsassistent kostenlos den Zustand des Gebäudes und erstellt einen übersichtlichen Sanierungsplan inklusive Investitionsempfehlung. Liva zeigt Adam auch, wie seine Immobilie energetisch abschneidet und wie er seinen Verbrauch senken kann. Das ist gut für die Umwelt und fürs Portemonnaie. Miriam Meier ist 70 Jahre alt und hat in ihrem Eigenheim viel zu viel Platz. Sie will verkaufen. Künftig kann Liva auch hier helfen, damit der Verkauf von Wohneigentum ganz entspannt über die Bühne geht. Liva hilft Ihnen rund um Sachen Wohneigentum den Überblick zu behalten und die richtigen Entscheidungen zu treffen.